Noch einen übrig zu lassen. So, nur noch du und dich. Oh, f**k. Wow. Ach, Armlegion, okay. 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 Das war's für heute. Sehr gut. Damit haben wir die Bestien-Legion. Ein kleines Doggy. Ups. Wir können einfach auf dem Ding reiten. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das? 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 Immer langsam. Zeit. Okay, auf die anderen Plattformen lassen mich die aber trotzdem nicht. Okay, hier vielleicht. Wie weit bin ich denn? 18 von 40. 12 von 14 Items. Okay, das ist nicht viel. Die Steine verschwinden einfach. Oh mein Gott. So, bevor ich hier noch irgendwie sterbe. Ich wette, wenn ich so normal da drauf gehe, ja, dann falle ich. Okay. Okay, es geht also nur mit dem Reit hier. Verstehe. I see. Nein! Die Steuerung. Jetzt hast du ein richtiges Haustier, ja. Ja. So kann man es auch sagen. Will ich vielleicht hier hoch? Ist ja nice. Der kann einfach so rüberjumpen. Nice. Nice. Okay. Okay. Da muss ich hier lang. Oder kam ich von hier? Von hier kam ich, ne? Oh, ich bin so doof. Ich habe die, habe ich schon mal gesagt, dass ich die beste Orientierung der Welt habe. Und meistens dorthin laufe, wo ich nicht hinlaufen sollte. Okay. 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 Loll! Ich merke schon, das mit der Region ist hier nicht ganz so leicht. Da wird irgendwas drangefeuert. Ah, verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das hinschauen sollte. Nein, 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 nein! Ich glaube, jetzt bin ich da, wo ich hin sollte. Kann das sein? Ja. Ja. So, hier wollte ich hin. Und das soll jetzt meine Hunde-Legion schaffen. Soviel zum Thema springen. Ich bin da nicht gut drin. Und wie jumpt der jetzt? Ich würde sagen, dann... Zeig mal, was du kannst, ne? Ich bin da nicht so... Das war's für heute. Okay, der hat so eine magische Aura. Ich hab's verstanden. Ich frage jetzt nur. Okay, der hat ein Schild, aber wie kann ich dieses Schild stoppen? Er hat halt nichts gebracht. Okay. 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 Kann der irgendwas spezielles, außer das? Scheinbar ja nicht. keine ahnung wie ich den besiegen soll wenn er so ein schild hat ich werde den schild halt nicht los ach da oben das muss mir auch jemand sagen dass da oben noch einer ist das muss mir sein aber das muss ich nicht dass da oben ist dass da oben also die 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 Das war's für heute. Leute, das hat jetzt lang gedauert. Ich will da irgendwie jetzt nicht runter. Aber da scheint es noch irgendwie was zu geben. Da auf jeden Fall. Aber wie komme ich dorthin? Auf jeden Fall hier rüber. Schaffe ich das so? Stimmt. Schade. Das muss ich ein bisschen koordiniert machen. Ich verstehe schon. Wow. Ich verstehe. Ich verstehe. Oder bekomme ich das vielleicht anders hin? Moment. Was ist, wenn ich jetzt... Okay. Nee. Hm. Ich muss da doch irgendwie rüberkommen. Irgendwie muss ich da doch rüberkommen. Ich glaube, das ist die beste Variante. Jetzt auf den Doggy drauf. Da hatten wir es fast. Hm. Also einmal auf den Doggy drauf, dann springen, springen. Das müsste funktionieren. So Also Auf den Doggy Na bitte Geht doch Wir sollten es so machen Okay Hä? Oh lol Okay es war die Truhe Aber hey Immerhin Immerhin in der Truhe Wir hätten auch einfach herunter springen können Na gut Wir hätten auch nicht mehr Habe ich nicht eigentlich die Pistole ausgewählt? Oh fuck. Wir sollten hier camschen. Okay. 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 Ooh. 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 Okay. ZL halten. Legion bewegen. Bessilin Legion rufen. Die Bessilin Legion hat feines Gehirn, mit dem du Geräuschequellen orten kannst. Ich möchte auch Lasagne. Ich mache mir heute Schweine-Rücken-Steaks mit Rathkartoffeln und Salat. Belegt die Bessilin Legion in Richtung der Geräuschquelle bewegt sich die Anzeige zur Mitte. Ah okay. Okay. Je näher die Legion der Geräuschquelle kommt, desto größer werden die Balken ober und unterhalb der Geräuschanzeige. Erklärt sich. Erklärt sich. Gut. So. von Medizin. So. 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 Hier, hier! Wer ist da? Er muss irgendwo da hinten liegen Es war so klar Es war so klar Auch sehr gut Ah Einer ist wieder runtergefallen Das endet doch schon wieder nicht gut Das war so klar Nein Ich will doch nicht hier sein Ah da Okay Ich habe sie gefunden Ich will doch nicht hier sein Ich will doch nicht hier sein Oh das ist jetzt nicht euer Ernst Ich will doch nur zu Truhe Ja Ist schon wieder kaputt Ich will doch nicht mehr Was heißt denn hier Wir Ähm Graben Okay Suche nach Stellen mit freiem Erdboden Sollte dort ein Item verborgen sein Kann er in der besten Legion des Ausgraben Vergrabene Items orten Blick die besten Legioner in Richtung Als vergrabener Items zentriert sich die Suchanzeige Der Balkenober oder unterhalb Suchanzeige Werden größer in der Nähe der Vergrabenen Okay, dasselbe Prinzip Der ist dasselbe Prinzip also Verstanden Da möchte ich gerne drauf Okay Vielen Dank. Das muss also irgendwo hier sein. Ah, ja. Oh, 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 ja. Sache. Suche abbrechen, okay. Jetzt weiß ich, wofür diese Pfotensymbole waren. Nein, nicht füttern. 3D-Biosensor, der zu einer selbst und zu einer Drohne gehört. Okay. Oh. Hi. Ja, es war so klar. So, als nächstes bist du dran, mein Freund. Easy. Noch zwei weitere. Okay. 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 Ich liebe diese Kombo So, sofort nochmal Easy Nice Zerbrochenes Funkgerät Ich glaube, ich weiß, warum das geblinkt hat Ein A nur? Was? Kann es sein, dass ich... Ja Okay Moment Oh nein Was? Warum habe ich die Steuerung drin? Nein, ich will die nicht haben Ich habe... Oh nee Wenn ich meinen Controller bewege, dann... Ich bewege nur meinen Controller Oh nee, ich will die jetzt nicht Option Äh... Kamera Nee Wir machen mal das allmählich weg Machen wir mal sofort Äh... Kann ich das hier nicht irgendwie... Das hier nicht Das hier nur ... Sch затog man... Vielleicht hat ein alemmlicher Ach, was ist das? Hm, okay. Sagen wir mal... Beige. Ja, da haben wir doch das Türkis. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob ich das irgendwie ausmachen kann. Handheld-Modus? Ja, haben wir ja nicht. Kamera. Hm. Ne, keine Ahnung. Finde ich nicht. Schade. Ja, was habe ich hier jetzt schon wieder? Ich habe noch nicht 80%. Okay. Kenne deinen Gegner. 167 Gegner gibt's. Fragmente einer zerbrochenen Säule aus Astral-Meterie. Setze die drei Teile mit der Astral-Kette wieder zusammen. Okay. Okay. Ah lol, okay Ah, jetzt habe ich es 81%, sehr schön Aufträge Dann geht das ja auch jetzt hier nicht mehr so lang Ah, vergessen Okay, äh Das hat ja ziemlich gut geklappt Fuck So, wie machen wir das? Ich finde das so schrecklich Die ist so unkontrollierbar Von da hinten kam wir Okay Ja, genau Aha Das wird doch nichts, ey Du bist einfach nur schlecht Ja, das weiß ich Die ist trotzdem unkontrollierbar So Äh Nein So knapp Aber ich habe die richtige Strategie verfolgt Würde ich sagen Dreh dich Oh, mire Oh, mire Die müsste ich doch auch mit der bekommen, oder? Okay, danke Danke Kann die hier was herausfinden? Oder wird der tatsächlich nur einfach dorthin verschoben? Okay, er wird tatsächlich nur dorthin verschoben. Okay. Nario, wie geht's dir? Äh, Baum. Bäume sind immer gut. Hab ich gehört. Äh. Ich würde jetzt mal sagen, Ast. Wie viele Truhen habe ich denn? Hm? Bäume sind immer gut. Äh. Bäume sind immer gut. Doch ich fühle mich. Das war's für mich. Das frag ich mich auch. Oh. Das war's für mich. Die Welt ist eine große Leidenschaft, und wir werden die Menschen verletzten, dass sie sich in der Welt verletzten. Ich glaube, das ist das, was ich. Ich glaube, es ist nicht so schön. Ich glaube, dass Menschen, die Erde nicht mehr werden. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Und so? Wie machen Sie diese Situation? Diese Welt wird mit der Welt vergleichbar. Was ich sagen? Ich weiß nicht. 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 Das... Ich weiß nicht. Das ganz weviet Comparedstelle. Miriam Aussage Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Das war die so ein Unheimliche Anfänger Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Truhe. Okay. Interessante Information. Ich glaube, es wird hier suggeriert, dass sie gar nicht die Böse ist. Ich glaube, es wird hier nicht die Böse ist. Ich habe hier nicht die Böse, die ich nicht die Böse ist. Ich habe hier nur eine Frage, weil ich heute nicht die Böse ist. Ich habe noch keine Böse gesehen. Ich habe noch keine Böse gesehen. Protolegion, ok. Musik ist cool. Oh Gott, die haben ja viel mehr Leben. Musik ist für immer wieder ein ... ... ... ... ... ... ... ... Wir weichen zwar automatisch aus, aber es bringt halt alles nichts. Wenn wir den Schaden halt nicht machen, von daher, shit. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Nee, auf Standard. Schade, ich wollte den eigentlich, ja. 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 Ah